Was machst du denn jetzt? Deine neue Schaukel da, da muss aufgehängt werden. Aber es ist zu tief, weil sonst hängst du mit dem Popo auf dem Boden. Autschen! Also muss ich da gleich nicht irgendwie höher machen. Und da komme ich ja erstmal hoch in den Baum. Na ja, vom Klettern ja heute wieder hoch. Um den Rand zu kommen muss ich ja erstmal hier hoch. Einmal nix kaputt da. Hauptsache es war ein bisschen kaputt, oder? Kannst du das Ding nicht einmal nochmal rumdrehen, dann reicht doch, oder? Aber ich will das weiter vom Baum weg. Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Ich will das weiter vom Hauptbaum weg. Wo ist eingewachsen hier? So hoch hier. Was? Was ist los? Ich habe hier aber kein Höckerchen, um da rein zu kommen, wie zu Hause, ne? Ich weiß nicht, ob der weiß, was er da tut. Den Spruch habe ich ja eben schon mal gehört. Ja, mach weiter. Auf jeden Fall. Meine linke Wade hat ein Krampfproblem. Auf jeden Fall. Oh man! Ja! Ach! Oh! Gut, dass der Mann aus dem Norden nicht da ist. Da ist nichts drin, unser Häuschen. Awww. Scheiße. Da sind welche drin. Echt? Ja, lass mich hoch, lass mich gucken. Auch gucken. Mach's stoppen, sag ich mal. Ja. Da sind zwar kleine Maischen drin. Nein.